moin moin und herzlich willkommen zu da ist der tabletop show hier auf youtube mein name ist gregor und wir machen da weiter wo ich beim letzten mal aufgehört habe nämlich beim thema age of sigma die aktuellen dawn bringer story elemente der beginnenden aktuellen offiziellen kampagne mit dem harbingers buch das thema nörgel hatten wir im letzten video ja mehr oder weniger abgeschlossen setzen da aber für das heutige video und für den fortgang der geschichte noch mal an denn neben diesen seuchen und plagen die die harbingers mit sich tragen und die damit so eine art schleier über das land oder die sterblichen reiche legen bereitet sich in manchen städten unter sigmas herrschaft das sind cities of sigma eine ganz andere seuche aus und zwar eine die weniger physische krankheit ist sondern eher psychisches leiden die sogenannte shutter blight die seuche des zweifels wie sie genannt wird sorgt bei zahllosen bewohnern der städte für depressionen für niedergeschlagenheit für ein ja man könnte sagen aufgeben der hoffnung und damit für eine art von verfall der eben nicht physisch ist sondern eher psychisch eher emotional ist und am ende natürlich auch nörgel in die in die hände spielt einerseits schwächt es die städte und ihre verteidigungsfähigkeit andererseits bereitet es den boden für bestimmte kulte die dann das kerngeschäft nörgels krankheit verfall überleben durch anpassen an diesen verfall befeuert soweit erstmal diese die nörgel problematik natürlich gibt es gegenwehr die hexenjäger verfolgen potenzielle kulte und die zeloten und kirchenmänner des des kultes sigmas und bestimmter splitter kulte feuern die besatzung und die die bewohner der städte immer wieder in so einen religiösen eifer werden immer wieder scheiterhaufen errichtet wer zweifelt und wer öffentlich zweifelt landet ganz schnell entweder auf diesen scheiterhaufen oder wenn er glück hat wird er zwangsweise einem dawnbringer crusade zugewiesen um mit seiner arbeit und seinem schweiß die krankheit auszutreiben und noch was von nutzen zu tun soweit erstmal dieser nörgel aspekt aber das ist für die städte nicht das einzige problem denn die grotz von den von den loon gits den diesen goblins des age of sigma settings die haben irgendwann in aksha also dem reich des feuers festgestellt dass ihre ganzen höhlen ihre tunnel unter der erde die sie teilweise selbst gebaut haben selbst gegraben und teilweise einfach natürlich sind ihnen zugang unter hamahal aksha liefert also eine dieser großen cities of sigma direkt an einem der realm gates also dieser portale zwischen den reichen und sie stellen fest das gibt einen zugang zu alchemistischen werkstätten in denen dieses der rams dort praktisch dieses verfestigte physisch manifestierte mana diese physisch manifestierte magische energie des reiches des feuers in flaschen abgefüllt wird und destilliert wird verarbeitet wird zu allen möglichen dingen von tränken hin zu irgendwelchen alchemistischen ingredienzien und die grotz sagen das ist eine super idee da fallen wir jetzt ein wir überfallen diese stadt von unten heraus müssen uns deswegen nicht damit anlegen durch die verteidigungsmauer zu brechen müssen daher eben auch nicht uns mit riesen abgeben die wir zwar gerne mal weg und auf den gegner hetzen die aber eben nicht kontrollierbar sind das sind motivatoren für die grotz die von so genannten rebel rousers angeführt werden das ist eine neue charakter klasse neue einheit die jetzt in age of sigma eingeführt wird und die wissen die die anheizer die anstachler für diese fraktion sind für die moral verantwortlich und eben der die treibende kraft hinter dem einen oder anderen nun geht es überfall und nicht nur die städte der menschen sind gefährdet sondern die fires leer also diese zwergenrasse diesen starken feuer bezug hat ihre magma holz diese festungen in beten tief in den bergen in den lava strömen werden zunehmend von loon geht es überfallen das problem hatten die schon immer es war einer der alten feinde für die fire slayer genau wie es gaben aber mittlerweile häufen sich überfälle die zahl der von den loon geht es gestürmten und eroberten magma holz steigt rapide an auch in einem tempo was die fire slayer so noch nicht gesehen haben und so werden auch immer wieder ganze sipp schaften ausgelöscht weil die fire slayer ihre festungen bis zum letzten zwerg verteidigen es gibt hier und da überlebende die grim hold exiles die die ewige flamme ihres jeweiligen magma holz in ihrer jeweiligen sippe mit sich tragen aber auch gleichzeitig die last mit sich tragen die letzten überlebenden ihrer familie und ihrer stämme zu sein und wer die zwerge so grundsätzlich im fantasy kontext kennt und wer vor allen dingen sich mit den fire slayers schon befasst hat der weiß das ist eine psychische belastung mit der kommen sie ganz schlecht zurecht und die äußert sich bei ihnen ganz häufig einfach in einen absurden ausmaßen von aggressivität dem bedürfnis sich mit möglichst großen gegnern anzulegen wo wir dann dieses sehr klassische slayer thema haben bestientöter riesentöter monster töter und eine gruppe dieser fire slayer ist in hammerhall akscha eingetroffen eigentlich mit der bitte um unterstützung bei der rückeroberung von magma holz aber die obersten der städte nehmen die sorgen und die klagen der fire slayers nicht so hundertprozentig ernst sagen halt wir haben eigentlich wichtigeres zu tun müssen die dawn bringer crusades da rausschicken und den machtanspruch sigmars unterstützen wir können jetzt nicht irgendwie truppen entbehren um irgendwelche zwergenfestungen zu befreien gleichzeitig gibt es aber auch stimmen in dieser stadt die sagen wir sollten ihnen zumindest zuhören dafür sorgen dass sie über die runden kommen und sie damit versuchen an die stadt zu binden denn kompanien aus fire slayern die die verteidigung der stadt verstärken einfach weil sie da sind oder sie kämpfen nicht aus dem weg gehen sind natürlich für die cities of sigma von nutzen und sind günstig weil sie eigentlich mit einem bestimmten ziel unterwegs sind und sich gar nicht als söldner verdingen wollen aber das in dem moment müssen und damit die städte in einer guten position die fire slayer halten sich natürlich auch aus der politik von amal akscha von internen raus scheiterhaufen und dieses zelotentum was immer mehr um sich greift damit haben sie nichts zu tun auch diese seuche des zweifels scheint sie zumindest selten bis gar nicht zu betreffen aber depressionen und niedergeschlagenheit die nur durch absurde wut kompensiert wird ist für die fire slayer eigentlich so ein alltagsthema und nicht abhängig von so einem bestimmten empfinden oder einer bestimmten situation und dann kommt es dazu dass wie gesagt die krotz die lungeets aus der erde hervorbrechen und hamahal akscha von innen überfallen natürlich wie krotz nun mal sind sie gehen nicht sonderlich sorgfältig damit um randalieren durch diese alchemistischen werkstätten und lösen brände aus und das bedeutet große teile hamahal akschas im reich des feuers geraten brand auf den straßen wird zwischen brennenden gebäuden gekämpft und es kommt zu einem aufeinandertreffen eines grimhold exiles und dem rebel rosa der für den überfall zuständig ist das ist eine konfrontation die ist nicht so beeindruckend wie die zwischen irgendwelchen harbingers des nurgel und großfürsten der flash eater courts weil es natürlich die krotz nie zu einer visuellen größe und seiner visuellen beeindruckung beziehungsweise beeindruckung glaube ich nicht mal ein richtiges wort sondern nie so beeindruckend sind wie das jetzt große krieger anderer fraktion anderer völker sind aber der konflikt und die konfrontation befeuert diese riesigen brennen nur weil natürlich die flamme des zorns nicht nur metaphorisch in den feierslayern abfackelt sondern auch physisch sich meiner festiert und die krotz können zwar zurückgedrängt werden sie werden so immer weiter zurückgetrieben sie haben nicht wirklich die chance die stadt zu halten was auch nie ihr ihr ziel war aber sie machen beute und sie zeigen wie verwundbar hamahal akshay ist und die obersten der stadt entscheiden sich aber trotz allem dafür zu sagen es ist der richtige zeitpunkt jetzt neue dawn bringer crusades hinaus zu schicken unsere vormachtstellung in akshay zu beanspruchen noch mal deutlich zu machen noch mal klar zu machen wir sind diejenigen die ein anrecht auf dieses land haben und die mächte der zerstörung ob das jetzt orks grotz riesen sind die söhne behemats oder irgendwelche chaos anhänger sind die haben sich zu beugen haben zu verschwinden dieses klassische kolonisatoren denken was da vorherrscht und an der stelle endet das buch mit der aussicht darauf dass große feldzüge gestartet werden und gleichzeitig das kernproblem der kulte hinter denen die hexenjäger her sind nicht gelöst ist die ursachen nicht klar sind es nicht klar wer steckt wirklich dahinter wie weit ist hamahal akshay tatsächlich über unterwandert bis in die höchsten kreise und jetzt heißt es warten bis das nächste buch rauskommt das soll vermutlich in absehbarer zeit passieren mal gucken um welche fraktion es da verstärkt gehen wird und dann haben wir irgendwann auch den release vor uns mit den neuen cities of sigma truppen und modellen ich bedanke mich an der stelle bei euch fürs zuhören mal gucken was dann nächste woche thema in meinem video wird ich lasse mir was einfallen und sage tschüss und bis zum nächsten mal du möchtest die tabletop show da ist zu borten und gleichzeitig ein auftreten am spieltisch pimpen mit dem da ist merchandise kein problem du steigst beim kauf von shirts und spielutensilien nicht nur in den style olymp auf du unterstützt damit auch da ist und hilfst dabei mit tabletop great again zu machen also zeigt deinen mitspielern wurde da ist hängt und lege das schwarz an